Servus, ich bin der Martin Hinterstocker und heute gibt es einen bayerischen Dreikampf mit Lupfen, O-Zapfen und Maske-Rug-Stämmen. Beim Lupfen geht es immer nur ums Gleiche, treffen muss man. O-Zapfen ist in Bayern nicht nur Ehren, sondern Chefsache. Und zum Schluss gibt es Maske-Rug-Stämmen, das ist der älteste bayerische Sport. Es war schon.